Und jetzt sind wir auch wieder zu Let's Play Dark Cloud. Oh, hier sind Kisten. Kürbisflaschen, Steinbresser, Paradiesfrucht. Schön. So, damit hat der Gute jetzt auch die richtige Anzahl. Reparieren wir jetzt mal komplett die Waffen. Wie sieht es mit Ausrüstung aus? Sieht eigentlich recht gut aus. Ich habe voll viele von diesen Paradiesfrüchten. Aber, whatever, wir gehen auf jeden Fall erstmal rein. Mikrofon ist an, das finde ich schön. So, normalerweise würde ich ja eigentlich hier die Aufnahme starten, aber, whatever. Erstmal eben, 16. Noch ist ja nichts hier beendet. Oh, das gibt es doch nicht. Ihr Wannabe-Mimiken. Ihr wollt doch auch nur wie Dark Souls-Mimiken sein. Und wir wissen, alle Dark Souls-Mimiken sind die Mimiken schlechthin. Jeder will wie eine Dark Souls-Mimik sein. Und Heilige Scheiben-Pleisterei. Das bemerke ich ja jetzt erst. Wir haben nur Mimiken hier. Oh, ein Leistungspulver. Sehr nice. Die Ebene gefällt mir Auch wenn es viele Mimiken gibt Die Ebene gefällt mir nicht mehr Ich muss den Dicken verrennen Obwohl der Dicke kann ja auch mal ein bisschen Verreißen Steinschlüssel Oh, der ist mein Tickelfettelhühnchen hier Ernsthaft? Ernsthaft? Mit seiner runden Unterhose hier Erf zu blocken Danke Ich hasse es, wenn die Gegner blocken Ernsthaft Der Schlag ist direkt durch den durchgegangen Das habe ich gesehen Hör auf zu blocken Hekt noch heutzutage Das ist ein komischen Schwuchtelschlägchen hier Ich tausche ihn noch wieder aus Da ist die Karte Da ist das Monster Aua So Parieren So Fertig Bumm Bumm Die ist dann gleich auf die nächste Quelle Das Schöne Das Schöne ist halt wirklich Das Schwert, was ich hier habe Nämlich wirklich das ist, was er jetzt auf dem Beutel anweibt So Ernsthaft Das Schlimme ist nämlich auch bei diesen Blocken, man verliert dann noch die Waffenpunkte Deswegen finde ich das so herzallerliebst ungeil Würdest du bitte den Schaden fressen? Danke Gegner Ähm 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 Immer ist ein schöner Buchstabe, muss ich sagen Aber Der hat ja auch so wenig Ich glaube es aber nicht Reparieren Der hat ja auch so wenig Eigentlich müsste es sowas geben wie Blocken durchschlagen Einfach nur blocken durchschlagen Oh du blockst? Ich durchbreche dein Block dennoch Häuptling, Häuptling zu haus Häuptling, Häuptling zu haus Schatztruhen, Schlüssel Und das Schwert ist voll Finde ich geruht Am aufrüsten Danke Zu was wolltest du das denn jetzt aufsteigen? Zur ersten Wahl oder zur zweiten? Das will ich jetzt Ich kann es auch mal kurz wissen Ich kann es auch mal kurz wissen Die Sache ist nämlich Je nachdem Habe ich dann natürlich auch Da die große Frage Da 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 wo ist das denn? Machos-Wort Ich bin nicht wirklich gerade informativ Aber ich meine, die erste Form war das Weil die halt so extrem viel hat Das ist logisch, ne? Das ist doch ziemlich oft 20, wenn ich das gerade richtig sehe Gehen wir erstmal damit So, da ich sowieso an einem Teich vorbeilaufen muss Sogar an beiden sogar Ach, nehmen wir das sogar noch an Ich meine, vielleicht hat sich viel was Das ist ne seltsame, ne? Von der Tür So, hier, bitteschön Und weitergehen Und zur nächsten Ebene So, da habe ich doch mal was Schönes Ja, das ist die erste Form Oh, Gott, nein Oh, Gott, nein Ja, ich bin richtig, mitten